Herzlich willkommen beim Hauptstadt Sport TV Weekend Flashback. Hier zeigen wir euch, was am Wochenende so los war. Am Samstag war der 23. Hallensiebenkampf der LG Nord. Und Hauptstadt Sport TV war natürlich für euch dabei. Ich bin happy, wieder mal hier zu sein, wie jedes Jahr. Und bin jetzt aufgeregt für nichts nach Wettkampf. Das polnische Siebenkampfteam hat sich also gut geschlagen und konnte den Sieg mit nach Hause nehmen. Geschlagen wird sich auch beim Jiu-Jitsu-Fighting, aber natürlich unter der sportlichen Aufsicht der Kampfrichter. Am Samstag wurde die Berliner Meisterschaft im Jiu-Jitsu-Fighting ausgetragen. Und da wurde von klein bis groß ordentlich ausgeteilt. Hier kämpfen insgesamt über 50 Sportler in ihren Gewichts- und Altersklassen um den Titel Berliner Meister 2019. Unsere Spreefüchse erwarteten die SG H2KU Herrenberg am Samstag in der Sömmeringhalle in Charlottenburg für die zweite Handball-Frauen-Bundesliga. Ja, und wo es Gewinner gibt, muss es auch mal Verlierer geben. Natürlich eine schwierige Situation. Herrenberg war mit uns auf Augenhöhe. Und wir haben einfach viel zu viele leichte Fehler gemacht, vielleicht leichte Tore bekommen. Was jetzt besprochen wurde, ist gerade der Abschluss am 6-Meter-Kreis. Dass wir das einfach verbessern müssen und in der Abwehr viel mehr auch als Team funktionieren müssen, wenn jetzt einer einen Fehler macht, dass der Nächste hilft und dass man sich auch einfach darauf verlassen kann, dass da jemand ist. Genug getrauert. Eine gute Nachricht aus Hannover hat uns erreicht. Unsere Wasserfreunde Spandau 04 sind zurück an der Tabellenspitze. Sie gewannen am Samstag das Spiel gegen Waspo Hannover mit 9 zu 7. Super gemacht, Jungs! Und das war's mit dem Rückblick aufs Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Wochenende sehen. Am 16.03. ist die Night of Sports live auf Hauptstadt-Sport TV mit mir und hoffentlich euch! Bis zum nächsten Mal!